Rachel? Rachel, wo bist du? Schuhe unterm Bett, Schuhe auf dem Boden. I am so happy, sagt die Dame da. Aber ich glaube, Rachel ist es nicht. Und natürlich die Masken, hinter denen sie sich jetzt verstecken kann. Und ein Hut? Ein roter Hut? Kein Macbook, irgendein anderes Symbol. Ah, dachten wir, Rachel. Hell ist leer. Die Hölle ist leer. Episode 3. Eine Menge Zeug. Ich schau mich mal ein bisschen um. The Ying and Hadass Yang of Rachel Amber. Before all... Above all, remember, you are love. Before all else, be armed. Machiavelli. Cordboard. Amazing. Alles irgendwelche tollen Zitate, die ich jetzt nicht im Detail lesen will. Lampe? Ich weiß nicht, ist das nicht schlecht für den Stoff, der da drüber hängt? Wird er nicht heiß? Ja, kommt natürlich auf die Lampe an, die da drin ist. So, die klassische Glühbirne wird es schon ziemlich erhitzen. Ähm... Es macht Sinn, dass Rachel zwei Signale braucht, um ihre Wunderschöne zu enthalten. Ich werde sie von jetzt auf einmal nennen. Was? Cancer und Leo? Ich dachte, es kommt einfach nur auf deinen Geburtstag an. Hm. Vielleicht ist sie genau dazwischen geboren. Oder so. Ähm, was ist das? Cool Light? Ich mach's gleich an. Ich geh jetzt nicht an ihren Laptop, oder? Wir waren so nahe, um unsere Freude zu machen. Jetzt? Ich weiß nicht. Wieder ruiniert. Kannst du immer sicher sein? Natürlich. Aber von wer? Ist hier irgendwas für ein gebrochenes Herz, für Traurigkeit und Kummer? Gegen Verrat. Rachel könnte nicht ihre Familie überleben, aber... ...at least wird sie das Zombie-Apocalypse überleben. Und vielleicht können wir ihr ein Schattenspiel aufführen. Das wäre doch ganz cool. Um sie zum Lachen zu bringen. Oh Mutter, was willst du? Äh, jetzt scrollt es wieder automatisch runter. Ich möchte es doch gern. Okay. 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 Please, sagt die Mutter. Please, Chloe. Why are you doing this to me again? Why are you always abandoning me? Ich versuche mal kurz zu speak. Ich gehe davon aus, dass es nicht funktioniert. Hey Rachel. Ich bin glücklich, dass du hier bist, Chloe. Natürlich. Ja. Das habe ich mir jetzt vorgestellt. Ich gucke mal ganz kurz in die Laptop-Klasse-Riste gehen, oder? Ja. Ask Miss Acadia, what's the real deal with that fire north of town, and when's it going to come down here in Syrius, all in its fiery hug of death? Ask me for a friend. Rose before Bronies. Komm zu meinem it first. Eine mit no. Didn't the fire start the day after the fire was here? Hmm. This is a strange one, friends. ABFD sources say that they've never seen anything like it. No idea where it came from, no idea why it lasted this long. Total mystery. Time to put on your tinfoil hats and start speculating. Ask Miss Acadia. Does a dragon with matches does lose on the town? Press scores. Like 50% serious. Ja. Ich lese jetzt nicht den Rest. Habt ihr jetzt genug Zeit gehabt um das Video zu versieren und es euch selber durchzulesen? Look! Ach so, weil sie sich Notizen macht, oder was? Ach, come on, Chloe. But which one? Anatomy? Oh, come on. Herbology? Ja, okay. Ich nehme Anatomy, aber nur weil es die Alternative dämlich ist. Eigentlich will ich es beide dämlich. Das eine ist Drogen und das andere ist... Was hat sie geschrieben? Ich kann es nicht so richtig lesen. Mal mal anschauen. Äh, rup. Ich glaube, Rachel könnte irgendeinen Studiepartner haben, die sie wollte. Nicht, dass ich sie nicht lasse. Anatomy. Where do babies come from? Show and tell. Ja, natürlich. Äh, Chloe. Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since then. Mal kurz, äh, irgendwie kann ich doch... Achso, kann ich auf meine Hand schauen. Be here for Rachel. Schön, dass sich Chloe das auf die Hand schreiben muss, damit sie sich daran erinnert, was sie hier tun wird. Ich hole mal die Blumen daraus. A rose of any other color. At least she'll have something from tonight. Okay, hier drüben war noch eine Schublade. Wenn ich die mal gerade aufmachen darf. Ey, 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 ey. Ausstanding. Excellent. Perfekt. Wow. Willst du wieder zumachen? Dammit. Äh, Bücher. Ah, ich weiß nicht. Er hat noch schlimmere Dinge. Läger. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Eilikato. I bet Rachel would rather be anywhere but here. New York. Maybe I can make the world a less scary place. Something Rachel said or something I said? Umm, something I said. Ja, was hat sie eigentlich gesagt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Let me know if you need an Accomplice. Ach ja. Ja, das ist schön. Das ist aufmunternd. Ja, Rachel und Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. This light needs more light. Ah, the universe. Okay. Dafür kann ich sorgen. The night light needs a flashlight. Stick it on the bottom and you're good to go. Technisch geschickt. Gut gemacht. Sollen wir kurz das Sternzeichen checken? Cancel Leo. Das ist der komische Schwan und das komische Y. Okay. I want to show you the stars. Licht aus noch. Licht aus. Ja. Hey. Check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? You remind us there's so much beauty out there. Which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. Poetisch. Then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. Oh, that's true, but now it's not for everyone. They're all... lies. The stars suck. Fuck the stars. We can make our own. Yeah. It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. Um. Maybe. I don't know. I bet there's like one other chick in Australia who's super trustworthy. No chance. You're one in a hundred infinities, Chloe Price. I wore this bracelet in my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. that my real mother was gone. Does the bracelet have a meaning? Was that from the mother? I don't know. We can see a bit of the stars. Press space to leave. Space and we'll see here in the world. No one's base. Do you understand? Ha 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 ha. Uh, yeah, good. The fact that she's here right now. That she came here. For me. I think I need to see her. Is that wrong? What specific answer? Uh, no, no specific answer. Lüge, Chloe. Lüge. You know exactly how you find her. Yeah. That's true. Luckily. Frank. I've got my secret weapon. You. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. I've got this or I've got an idea. Is this the same? Is this the same? Uh, Lix. Let me handle it. Really? Really. Mysterious. I like it. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. I think I might be able to fix up that truck in the junkyard. Really? I'll give it my best. I know you will. Well, but even if we find her, how will I talk to her? What do I say? After my dad died, I didn't know how to keep talking to him. I still don't. But it doesn't matter. All that matters is that he's there. Your dad? In my dreams, he's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Um... Rachel? I was just thinking... Maybe I was wrong before. Who cares, if the stars are dead? As long as we can still see them... That means they're real. To us. Right? Right. Hm... Könnte man so sagen, ja. Obwohl sie tot sind, strahlen sie aber noch ihr Licht aus. So wie es auch... ...mit Rachel geschehen wird. Nein. Ja, ja. Irgendwie schon. Daher bin ich aber noch gespannt, wie sie jetzt diesen Übergang schaffen, nachher zu dem dramatischen Ende bei dem Rachel. Verschwindet. Ob das hier in diesem Spiel noch kommt? Ich glaube ja schon. Ja. Ich glaube ja schon. Nein, nicht David, nicht David, nicht David. Ich glaube nicht, meine Erinnerungen? Ich glaube nicht, dass du dich erinnerst, nachdem du tot bist. Gehe. Okay, du gewinnen. Warum nicht du gehen und schauen? Du sicher? Was ist passiert? Nicht sehen Sie nichts? Okay, es ist... Die Sparke-plug. Nein, das ist nicht es. Ich habe es einfach verwendet. Ist das Improv nicht alles über... Ja und... Ja und... Was? Dad, stop. N-Nun dieses ist real. Du bist nicht real. Rachel's family... Isn't... Real. This whole thing... It... It's... It's all just... Theater. Well... You know what William Shakespeare said. The world's a stage? Something about the whole world being a stage. Something about the whole world being a stage. So... Might as well act the fuck out of it. You nailed it. Yeah. I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Hmm... Hmm... Well... Maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are... Less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's... Pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend. Right? Right. Just a... Bit of stage magic. Flood lights. Sound effects. Chloe. Look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Chloe has too much fantasy. Wow, Victoria. Wow. Selbst in Chloes Träumen ist Victoria ein Arschloch.